So, willkommen zurück hier bei Muffin Night. Wir sind jetzt im Burg, glaube ich. Hier haben wir noch ein paar Fakten zum Schaf. 24 Kills, einen Angry Kill, durch sie verursachte Todesfälle. 4. Das ist ja uncool. So, jetzt haben wir also eine Burg. Was nochmal das für ein Viech ist. Unicorns! Ja, ich muss das mit dem Visier noch ein bisschen abchecken, was der so an Rage und so weiter hat. So, kack mal überall hin. Night! Die kommen glücklicherweise noch von oben. Heißt, ich bin ja so relativ sicher erstmal. Ja, super. Toll wie sicher ich bin. So ein Müll aber auch. Hast du gesehen, wie hinter dich die Viecher kamen? Mann, 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 ey. So das aussieht, ey. Eglisch. Ah, Kitty, Kitty, Kitty. Oh, die geht durch. Wow, der kam knapp. Ja, es ist ein Mistviecher. Hihihi. Merker kaufen. Pumkin. Oh, ein Pumpkin ist cool. Ah, es ist schon ein interessantes Spiel. Ah, Kätzchen. Drache. So, elf, elf Dingen sind erst. Elf Muffins. Na, dieser Scheiß fliegenden Biester. Die sind ätzend. Eine Geisterschaft freigeschaltet. Die brauche ich aber gerade nicht. Yeah, Kitty. Oh Gott. Das ist jetzt gar mal wieder ein Unicorn. Die Kackhaufen liegen nicht mehr so viel rum. Dragon. Ninja Kitty. Oh, wie süß. Echt cool. Vielleicht die gedrückt hat. Erst um zwei. I understand. Oh, das erste Viech, das jetzt runterkommt. Als, als böser. Oh, wow. Böse Biester. Wenn was denn die Bösen hier... Die Bösen besänftigen. Das lag aber ziemlich weit hinten, der Muffin. Yeah, Ninja Kitty. Bisher mein liebster Champion, der Ninja Kitty. Wobei die Zune kann auch nicht übel ist. Ja, da ist es. Ey, das hat aber eh, ich glaube, die Zune kommt wiederbekommen. Aber... So, 30 Muffins. Die ganze Menge. Aber der Muffin liegt schon wieder beschissen da oben, ey. Ja, yeah. Ziemlich starkes Monster. Ziemlich. Ninja Kitty. Ninja Kitty. Geilste überhaupt, ohne Scheiß. Ninja Kitty ist cool. Ein Zyklon freigeschaltet. Unheimlich mystische Kreatur. Ginges lange Spaziergänge am Lavasee. Und das Auftun von großen schwarzen Löchern. Unicorn. Kack mal hin, ja. Mann, ich halte ziemlich lange durch, ja, wah? Wow. Ah, schwarzes Loch, okay. Die werden aufgesogen. Cool. So lange es mich nicht trifft, alles in Ordnung. Schwupps, weg sind sie. Die Kreaturen werden auch immer geiler. Das Ninja Kitty ist auch mega krass. Grizzly. So, okay. Der ist auch direkt mit einem Hit tot. Ninja Kitty. Ninja Kitty. Oh Gott. Ninja Kitty, go. Du schaffst das Kitty. Kannst du mich mal eine Maffe nach oben ran lassen? Diese Scheißmonster. Nee, noch nicht nochmal. Ist das Scheiß, Alter? Wie kommt denn da bitte jetzt gerade? Der hat Wurfstände in der Nase gehabt. Ich will euch doch nichts tun, aber ihr nervt mich so krass. Ich glaube, das gibt richtig Fett-EPA am Ende. Da kann ich mal bitte an den Maffin ran. Irgendwie komme ich da nicht so ran, ne? Endlich. Da zeige ich nur ein Knight. Wollen wir mal kurz neue. Oh, ein Pumpkin ist auch nicht übel. Hat auch relativ wenig. In diesem Game. Stinky Business. Ich glaube, irgendwie bestimmte Monster mit den Kackhaufen töten. Oh Gott. Der war knapp. 47. Oh, der Cyclops wieder mal. Cool. Die einfach aufgesogen werden. Das ist total geil. Pumpkin. 50 Dinger schon. Da ist ja locker das Maximum-Level hier. Oh, Kitty. Kitty. Wow, der war knapp. Fast hätte mir das Fliegen etwas getötet. Okay, da kommt ein Wüten darunter. Gleich mal töten. Oh, zwei, drei Wüten gleich noch. Dragon. Ninja-Style. So, wo ist der Muffin? Da unten ist er. Mal schauen, wie lange ich das durchhalte. Okay, Mage ist uncool. Das passt nicht so ganz gut. Na, kommt her. Aber Gottchen. A55 ist doch schon okay. Oh ja, ein Pumpkin ist gut. Oh, ich habe mich sehr wieder selbst, selbst getroffen. Ist cleverer. Oh yeah. Das hat es in sich. Das Pumpkin-Ding. Oh ja, wieder ein Archer. Könnt ihr mich ja bitte töten? Von selbstmöglichen und gern aufhören. Ah, mein Finger. Oh Gott. Okay, das war's. Woo. Krass. Eine ganze Menge. Wo ist mein Cursor? Ja, ich wollte eigentlich ein nächstes Level machen. Aber mein Cursor auch weg. So. Ja, da haben wir auch wieder fünf. Jetzt haben wir die Geisterstadt. Ritter 72 mal benutzt. 77 Kits und vier Tode. Ein Drache. Das ist jetzt leider kein so großes Areal. Grizzly. Grizzly. Night. Dragon. Das ist relativ einfach, glaube ich. Ja, da vor Warn zu kommen. Oh Gott, oh Gott. Wenn ihr fliegen müsst, wie ich ja mir nicht immer in die Quere kommen würden. Pumpkin. Oh yeah, das Cyclops ist cool. Weggesaugt. Nein, ich bin runtergefallen. Was für ein Müll aber auch. 22 Mal, wenn du noch bis zum nächsten. Einer nur? Ist ja traurig. Na, jetzt haben wir den Cyclops. Tschu. Tschu. Aber nicht saugt der mich nicht ein. Nein, er wurde nicht eingesaugt. Sau. Ninja Kitty. Äh, warum habe ich die Firmen und sich getroffen? Die war gerade unangreifbar. Na, das ist ein Ninja Kitty. Der Gnome ist uncool. Iiii. Dragon. Ja, ein Ritter mit Bogen. Ist cool. Warum sollte ein Ritter ein Nahkampf sein? Nein. Center level freigeschaltet. Nein. Dann saug dich mal ein, du Mistvieh. Oh Gott. Toll, jetzt muss ich mich kratzen. Ihr Schweine. Ihr Schweine. Upgrades. Cool. So. Ninja Kätzchen. Ne, wir haben was mit den Cyclopen aufrüsten. Fairheit für alle hier. So, jetzt kommt zuerst das Ninja Kätzchen ran. Okay, doch, doch. Nächstes Level. Wir machen das mit dem Max Level dann später. Center will. Der Weihnachtsministerin Eile. Helfen Sie ihm, die Geschenke zu liefern, um die Kinder im Inneren. What? Was war das denn für ein deutsches Ding? Ah, okay. Jetzt gibt's hier also keine... Na, ist ja auch nicht übel. Na, das ist ja mal schwer. Und das mach ich ernst so. Ah, Archer. Okay, da unten werden die spätestens... werden die rot. Oh Gott. Werden die böse. Oh yeah, ein Cyclops. Weggesaugt. Immer noch ein Cyclops. Achso, ja klar. Ist der erste Mann. Oh Gottchen. Weil man erst die abgeliefert hat. Oh ne, kein Mage, ey. Eine Zombie freigeschaltet. Dieses Monster hat sich auf jeden Fall... zu viele Süßigkeiten einverleibt, die nun alle wieder raus wollen. Zusammen mit tödlicher Säure. Ninja Kitty. Ich will Ninja Kitty behalten. Ah, hab ich ja noch so lange, bis ich hier das Ding abgebe. Ninja Kitty. Alter, heftig. Ninja Kitty. Yeah, Ninja Kitty. Du bist mein Ninja Kitty. Na komm her. Yeah, ey. Ich bin gegen den Schornstein gesprungen, wirklich. Ich bin gegen den Schornstein. Die ist das eklisch. Ich glaube, der macht nicht so viel Schaden. Ah, 8x2. Bei beiden Seiten gibt es da sowas Rotes. interessant ich habe das ja nun links gesehen auch wenn du was zum tod oh gott allerdings ist echt beschissen der zombie der da genau man kann versuchen aber gar keine zu töten sondern einfach nur gott einmal nur päckchen sammeln oh gott oh gott oh gott ja genau das sind kanten gut zombie ein bisschen upgrade damit auch was nutzer ist durch die pakete am besten auch mal hier so direkt neben den schornstein wäre echt nice alle drei weg eingesaugt ein bisschen mehr schaden aber es trifft irgendwie nicht so ganz hast du dich selber in die scheiße eingeflogen ich wollte ihn den staunschner bei unten vor der tür dieses monster war und jetzt wird getötet ich habe es ja mal sowas von scheiße also ich glaube ich bin unsiegbar ein paar sekunden ist natürlich gut er kann sich nicht kratzen nicht eine einzige sekunde kannst du dich kratzen dann bist du tot fast ist ja ätzend frag mich wie man das machen soll wollen die monster kommisoren schnell gespawnt ein beschissener knight ein archer ist schon okay ja meinetwegen komm hier rot runter ist mir der stelle warte 17 minuten schon wieder rum geht er gar nicht zombies kacke so machen wir das geschenk ein dragon machen wir das noch zu ende bis wir sterben sollten ja aber auch wie viel hätten ja bitte durch ach leute gut kurze pause sind wir nächstes mal wieder bei muffinite bis dann bye bye im